Hallo und herzlich willkommen zu Tag 5 Wir nehmen heute ein bisschen früher auf Ja mit dem Startseiten hier den Maxine 19 Bleib mal stehen Maxine190900 Der hat hier schon sein Haus gebaut Er ist auf Twitch FMXLP Ihr könnt gerne mal stoppen damit ihr den Namen euch merken könnt Ja das hat er sich heute erbaut hier Auf jeden Fall Sieht eigentlich ganz nice aus Und ja ihr seht ja auch unsere Stadt hat ein bisschen mehr zu was bekommen Mich freut es eigentlich immer wieder Ich habe auch mich nochmal ein bisschen mit den Bäumen und alles beschäftigt hier Ja das Haus ist immer noch nicht fertig Also Santinator falls du das hier siehst Schau auf jeden Fall nachher nochmal vorbei oder halt irgendwann Meld dich mal damit du dein Haus fertig bauen kannst Ich werde ihn gleich nochmal an die Party einladen und so Ähm ja ich habe auch jedes Haus beschriftet Ähm Reptiles Unicorns sieht man schon hier Und Maxman Das waren ja die ersten Häuser die hier auch standen und alles Ähm nochmal herzlichen Gruß an die Ja äh hier im Vorderhof Ähm im Eingang hat sich wieder mal nichts groß verändert Weil wir sind ja auch fertig Aber dafür ähm Im Garten Ihr seht ja wir haben jetzt überall die Säulen Ach ne das hatten wir beim letzten Mal schon genau Äh aber wir haben uns nochmal dran gesetzt Ähm Moment ich muss mal ganz fix den Tageslichtzyklus Ich äh weil ich merke gerade ihr habt das Ähm Ja das mit der Sonne Da muss ich jetzt halt von nochmal so lange reden Bis es dunkel ist Äh wir haben ja nämlich noch solche Sag mal LEDs eingebaut Finde nicht so modern gemerkt Das muss geil aussehen Ja äh hier wird man auch noch Äh ich werde dann nochmal so ein kleines Dings ähm Das ist das so ein Häuschen wie bauen Ähm Ja Wo auch nochmal Licht draus kommt und Eis Und hier wird auch nochmal Wald entstehen Ja unser Turm der ist es auch endlich fertig geworden Ich snack mir mal so eine Lore Wo ist die Ähm Das ist Ja er geht gehen Ich spiel den So Ey Nein Die falsche Seite scheiße So das ging es ein bisschen in die Hose Wir bauen das Ding nochmal oben ab Damit das Ähm Na okay das ist unten Komm gleich So ja Ähm O Arsch Wir gehen einfach mal mit Besuch Er hat man oben Ups So Nächste Station Äh Das haben wir auch schon mal Letztes Mal gezeigt Ähm also bis hierhin Und dann ging es leider nicht weiter Warum ist hier Das Ding abgebaut Warte mal Wartet Ich bin ganz um Ich bin ganz um Tschüss Du Mongo ey Blockier mich mal nicht Erster Platz So wir gehen mal auf die schnelle Art und weiter hoch Ja Kann sich auch hochbauten Okay oder so Ja Ähm Natürlich von hier oben Ähm Siehst du diesen Punkt da Diesen kleinen winzigen hellen Punkt Ja ja das ist unser Kronleuchter Gellbe Wollen wir nochmal sagen Das ist äh Habe ich auch erst Letztes gesehen So jetzt ist es eigentlich dunkel genug Ich gehe mal wieder runter Ich komme wieder ein Zuschauer Ähm Ja da sehen wir auch nochmal die ganzen LED's hier An den Seiten Äh hier hinten haben wir sie noch nicht gebaut Weil da sind wir erstmal mit den Zäulen hier fertig Äh ihr seht ihr hier Müssen wir nochmal Glowstone einfügen und alles Ja Also Moment ich zeige das mal Finks Wir haben halt Hier Glowstone und weil irgendwie Ich will nicht ob es ein Bug ist oder so Aber Glowstone geht ja durch die Stufen so leicht durch Und das sieht das halt auch so ein bisschen wie LED's Ja Ähm Ähm Genau und dann wollte ich euch nochmal Habe ich ja euch eigentlich schon Tag 4 oder Tag 3 versprochen Ich zeige euch jetzt mal nochmal das YouTube Zeichen Da Look at that Das war alles ich allein Nein Ist das einfach Das ist so genial Also ich liebe es Das sieht echt Hammer aus ey Ja Unser Kronleuchter Für diese Für sich oder muss man echt einen großen Logos aussprechen Also das ist echt Hammer Und ja Zeige das auch nochmal fix Also Teppich lässt ja auch Dings durch Und da ist auch überall Glowstone drunter Ja Ähm Das gleiche Prinzip ist hier unter dem Unter unserem Zeichen halt Unter dem Controller Schaut einfach mal Ähm Moment Äh Genau da wo das rote Wo der rote Block jetzt ist Schaut einfach mal da hoch in die Ecke Und zwar ähm Ja könnt ihr da auch jetzt das Zeichen erkennen Dieses Zeichen Äh ja Genau das gleiche mit den Stufenprinzip Das ist auch hier da unten Und das Glowstone alles Wollen wir nochmal fix zeigen Ja Ähm Schreibt es mal in die Kommentare Wie ihr es bisher findet Und Ja Natürlich auch Äh Ob ihr mitmachen wollt Wir sehen ja Wir bekommen jeden Tag Zuwachs Ja Also Habt ihr vielleicht auch Ideen für öffentliche Gebäude Schreibt es auch mal in die Kommentare Zum Beispiel hier haben wir äh Äh Diesen Aussichtsturm Da vorne ist noch das Lager Moment Eine Mühle wollten wir noch bauen Ein Lager Genau Wir wollten noch eine Mühle bauen Einen Fischer Habe ich mir letztes vorgenommen Baue ich auch noch Und hier haben wir noch unser Gasthaus Äh Ich zeige euch jetzt mal zwei Häuser Weil wir haben noch ein bisschen Zeit Geht noch Ähm War halt ganz schön schnell Ja Äh Äh Halt wie gesagt Einmal so Haben wir das Das sieht eigentlich Ich finde das richtig geil gemacht Alter Ich weiß auch nicht Äh Dieser Typ der verschwindet die ganze Zeit Äh ich suche und suche und suche und finde nichts Äh Ja äh Ihr seht da einmal das Und Gehörmanns Nebenzimmer Ich weiß wie ob man dann das Gasthaus Also das Gasthaus ist echt Hammer Jaja also ich finde es hat Das hat er richtig gut hinbekommen Ihr seht da hier durch seine Wand getrennt Jetzt wird ich auch wie Ähm Der Pro Gamer XMX Genau 2 Euro fixen Name YouTuber Ich zeig nochmal fix der hat ja auch nen YouTube channel Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei Da Pro Gamer XMX heißt er auf Playstation n Playstation n PSN Ja äh und hier seht ihr nochmal den Namen Darkonder LP Er hat 30 Ne 31 Abonnenten genau Äh macht eigentlich auch ganz geile Videos Ist aber glaube ich nicht mehr so aktiv Ich kann ja nachher mal vorbeischauen Und alles Aber ähm Ja Da können ich doch auf jeden Fall mal bei ihm vorbeilassen Aber da Genauso wie bei uns Ja Aber klar Ähm Haha Ja Der Kleider Aber geil hier Genau und jetzt wollte ich euch noch ein Haus zeigen Das ist vom MyMax 14 Äh 10 Ähm Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben Wenn ihr wusstet wie das ging Es ist nicht so Komplett ausgerüstet Aber guckt euch dieses Bild an Alter Ich fahr schon Das Einhorn ey Das Einhorn Das ist Edgar Das ist Edgar Von Paluten Also leider Ich finde es Oh amai Jetzt kaputt machen Genau Ja Erhörter sich nicht Oh scheiße Ja Wie gesagt Ähm Schaut auf jeden Mal In den Asi-Ans-Box vorbei Und Ja Wie gesagt Wenn er mit mal wollte Einfach eure PSN hinterlassen Ich blende Einfach Verweiter Genau Ne Eure PSN hinterlassen Ich zeige nochmal fix Meiner hier Eiei Psycho Eiei Ähm Ähm Ja Ähm 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 Nicht einfach Aber wie gesagt Lasst eure PSN da Damit ich wüsste Wer ihr seid Und alles Und Ja Sehen wir uns beim nächsten Mal Das war es eigentlich Eine ganz schön kurze Folge Es ging Und ja Das war es eigentlich Soll es von mir gewesen sein Haus zu denen Es ging Toll Oh Oh!